Boah, das sieht nicht schön, ne? Das Plakat, diese jungen Menschen, lebensfroh gehen sie auf musikalische Reise. Meine Damen und Herren, im Monopolproduktion und im Momentbooking präsentieren Ihnen Flowne-Mäule-Freaks in my life of tour. Gehört im Ohr, im Ohr kommt der vor. Nein, game over! Was geht ab? 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 So, mal geht doch was ab? Was geht ab? Geht doch was ab? Wie ne Ramp-Machine! Hey! Also ihr versteht, wir sind auf dieser Insel gelandet, ja? Eure Körper sind noch hier. Eure Seelen sind mit uns grünen. Wollt ihr zurück in euren Körper? Wollt ihr körperliche Liebe machen? Wollt ihr über die Brücke? Let's go! Eben noch auf der Showbühne, jetzt schon wieder in der im Moment Tourzentrale. Folgende Neuigkeiten gibt es zu verbreiten. Im Moment wird produziert. Ich höre, in Kreuzberg ist die Hölle los. Oder auch fest angebunden, wir schalten mal rüber zum Flextor-Studio. Und zwar jetzt! Im Moment bin ich Produzent. Und eigentlich produziere ich auch gerade im Moment das Album. Aber die Zeit drängt. Und daher, kürzer als der Moment ist jetzt. Im Moment produziere ich jetzt. Wann? Jetzt! Es muss doch fertig sein für die Tour! Deswegen! Flown & Mo steht gerade vor dem Mic und singt noch die letzten Takes ein. Bleib locker! Bleib locker! Die Masche zieht mich. Viel verstopft da oben. Wo rapp ich viel, viel. Da tapp ich und klopf die Strophen. Denn wenn der Tag lang ist, dann reden sie viel. Doch am Ende des Tages werden Menschen liegen. Also die Damen, ich brauche halt Yermann. Yermann! 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 Und jetzt alle Typen, ich brauche ein besonders kopfstimmiges Hose. Yermann! 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 Y Ja, Mann, ja, Mann, wir wollen uns mit 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 uns Ein Fall wie ein Vogel Ey, Immo, hör auf mit der Hippie-Scheiße, Mann. Du musst dich mal nach dem Markt richten, verstehst du? Was? Nach dem Markt richten? Wer sich nach dem Markt richtet, wird vom Markt gerichtet. Live rockt die Scheiße. Es geht um Rhymes, na 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 Dicke Beats und fette Rhymes, na 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 Heutz Tage geht's nur noch um eins, na 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 Dicke Beats und fette Rhymes, na 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 Sag ehrlich, wenn man heutzutage Hip-Hop hört, dann denkt man sich, die Rapper sind gestört Wenn ihre Lirys im Sinn entleert, hat nichts mehr mehr ein halbes Ohr wert Ich brauche Fans FANS! 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 Sorry, kommt schon nächster Anruf. Alles klar, bis dann, ciao. Hallo? Ah, im Moment Booking? Ah, Immo. Ja, hallo. Ich bin im Moment im Studio und mein Produzent nervt mich ab. Ich werf viel lieber im Moment auf Tour. Kannst du da was für mich regeln? Ja. Können wir machen, kein Problem. Ah, und ich will meine Band mitnehmen. Le Freaks, verstehst du? Auf Tour. Mit Band. Flow in the Moe et Le Freaks. Im Moment auf Tour. Geile Idee, oder? Flow in the Moe et Le Freaks. Im Moment auf Tour. Klingt gut. Ich mach mich ran. Ciao. FANS! 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 Du umtelst FANCH! Ja, jetzt ist die Chance, du schickst, denkst du nicht. Und die Finger ab. Und dann bringe ich gleich die Börse. Ich denke, wir sind eine Menge, die bringe ich leider. Wir tun mal alle, sind die Träger. Aber werde ich nicht satisieren. Schatz, ich kann... Du, Isra! 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 Ich fühle mich. Splash! Seid ihr bereit? Dann ist Zeit! Für Party! Für Party! Für Party! Für Party! Und dann ist es cool! Die Akkus sind leer. Aber der Kalender ist voll. Vom 1. bis zum 31. Mai 20 Termine. Da muss was in eurer Nähe dabei sein, sag ich mal. Als im Moment Booking Agent. Ja, und das ist der Typ, der wenig pennt, aber jetzt an den Im-Moderator zurückgibt, denn die Informationen hat er. Und ich hab Feierabend. Vielen Dank an Im-Moment-Booking. Es bleibt zusammenzufassen, Im-Moment im Mai 2008 auf Tour Flowne Moilifreaks mit der neuen EP Jetzt. Jetzt im Moment. Flowne Moilifreaks. Tickets bei Kartenhaus.de Ich will frei sein, frei wie ein Vogel Ich will frei sein, Vogelfrei Ich will frei sein, frei wie ein Vogel Ich will frei sein, Vogelfrei